Was für eine Geschichte ist das, Brandit, wenn das die hier erzählen? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur die Person, mit der ich den Namen assoziiere, war weder eine Sultanin noch eine Zauberin. Sondern eher etwas mittelreiches Orientiertes. Wir wissen also, die Honiger Geschichten spielen alle an furchtbar kuriosen Orten. Kuriose Orte für Maraskaner, für euch Fremdegis natürlich nicht. Für mich war das meiste kurios, als ich die Bergfestung verlassen habe. Ja, aber viele Orte sind tatsächlich sehr bekannt im Garetschadat, wie Arivor oder Albenhus. Solche Orte. Aber hier kennt sie fast niemand. Dort spielen die Geschichten dann mit irgendwelchen Herrschern. Meist geht es um jede Intrigen. Ein rechtes Spektakel ist es. Hochinteressant. Gut, dass ich davon keine Ahnung habe. Er lächelt ein wenig. Dann solltest du dir umso mehr einmal eine Honigergeschichte ansehen. Gierig bin ich auf jeden Fall geworden. Und am letzten Biss kannst du sehen, wie der Munko sich in der Cobra verbissen hat. Die zuckt noch ein paar Mal. Und während dieses eine Spektakel gerade beendet ist, kannst du sehen, wie mehrere Herrscher nun auch herangetreten sind. Herrscher. Tatsächlich treten sie so auf. Auch wenn du die Königin selbst nicht siehst, aber die eine Person hast du schon gesehen und ihre dunkle Aura schwappt ebenso mit. Und das muss der Lund-Belharion Menning sein, von dem Rodrigo vor ein paar Stunden erst erzählt hat, steht dort oben auf einem Turm. Zusammen mit wilden anderen Gestalten. Auch der Admiral ist wieder zu sehen. Eine schwarzgewandete Gestalt mit einem Stab, die dort neben ihm steht. Und ja, es ist wirklich faszinierend, wie sie hier Aufstellung genommen haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und es diese kühle Distanz zwischen ihnen gibt. Du kannst sehen, wie sie sich wohl gegenseitig gar nicht so sehr schätzen. Zumindest die einen, die im Turm stehen, haben wohl einen großen Abstand zu den, ähm, naja, zu den anderen Kriegern auf der anderen Seite angenommen, die mit einem anderen Wappen umherlaufen. Allesamt sind sie trotzdem blutig rot oder in schwarz gekleidet. Und etwas weiter von euch entfernt eine weitere Gruppe, die eher zivil aussieht. Und da kannst du auch jemanden sehen, der, ja, dich an das erinnert, was die Rohan-Grohr-Priesterin vor einigen Minuten erst erzählt. Eine schuppige Frau. Blaues, nachtblaues Gewand gekleidet. Mureen-Princhit ist also auch hier. Und dann, die Masse der Karmordgardisten teilt sich, werden, ja, weitere Kreaturen hineingebracht. Noch bevor die Honinger Spiele selbst beginnen, Bluthunde und ein riesiger Bär, die nun hineingebracht werden. Und das Ganze wohl als, ja, als weiterer Tierkampf veranstaltet wird. Noch bevor die Honinger Spiele, wie gesagt, begonnen haben, werden jetzt weitere Wetten gemacht. Einige Leute wetten auf alle Hunde, einige auf nur einen speziellen und der andere auf den Bär. Wer von denen gewinnen wird, werden wir sehen. Aber nun geben wir erstmal ab an die nächste Person. Entweder Jalan oder die andere Gruppe aus Leutnant Ramirez und Everdyos. Ach, die beiden zuerst. Ich bin hier gerade noch am Schreiben. Okay, Everdyos. Dann könnt ihr den Weg eben so über die Brücke antreten, verabschiedet euch von den anderen, die dann in Richtung Norden gehen. Und steht dann nach wenigen Schritten nur vor dem Haus des segnreichen Meeres. Man kann sehen, wie hier die, ja, die ehemaligen Zeichnungen von Everdwell abgelöst worden sind. Die Symbole einfach abgehängt. Und darüber jetzt eine Krake sich windet. Es ist eher so ein, ja, so ein Lagerschuppen, so ein Lagerhaus, wo man dann Vorräte verstauen könnte. Ja, einige Fischer, die jetzt auch ihre Waren hier verladen, ja, sie bemerken euch auch, sehen euch an. Eine Stimme ertönt direkt neben euch. Man schaut euch an, kannst einen kleinen Jungen sehen, der sich einen Tintenfisch auf den Kopf gesetzt hat und die Tentakel in die Hände schwingt damit so ein bisschen herum. Mit furchteinflößender Stimme sagt er zu dir. Ich bin der Herrscher der Meere. Die Fischer, die am Rand stehen, amüsieren sich darüber so ein bisschen. Der Rodrigo kniet sich mal ab. Sag mal, Herrscher, wie läuft denn das hier, wenn man hier Fischer sein will? Was muss man denn da machen und wie funktioniert das genau? Weißt du das? Ähm, mein Vater hat sich ein Fischerboot gekauft und dann hat er die Brinche gefragt, ob er angeln darf und dann fährt er meistens abends raus oder nachts. Dann kommt er, naja, nachmittags meistens zurück. Und, bist du schon mal mitgefahren? Ja, ich lerne das auch schon. Wackelt weiter mit den Tentakeln. Man macht die Tau los und fährt einfach aus dem Hafen raus. Ähm, also mein Vater klärt das immer. Und, äh, dann, dann, naja, dann fahren wir raus, ja. Interessant. Wo finden wir denn diese Brinche, Junge? Hm, normalerweise ist die, glaube ich, immer in ihrem Haus da. Deutet auf den Tempel direkt vor sich. Aber ich glaube, also, äh, die ist vor, vor ein paar Minuten erst nach, nach Norden gegangen. Äh, ihr müsst wissen, der, der Gletscher hat gesagt, dass, äh, dass die Honinger Geschichten sind. Ja, davon hab ich auch schon gehört. Und mit wem redet man hier sonst? Mit wem? Mit mir, ich bin der Herrscher der Meere. Der Tintenfisch sieht scheiße aus. Aber der gehört auf den Kopf, hat Prinjit gesagt. Ja, das, äh, ist Quatsch. Irgendwann ins Wasser. Oder auf den Grill. Auf den Grill am besten. Aber da, die schmecken doch ganz gut. Ja, den hat mein Vater zumindest aus dem, äh, aus dem Wasser gezogen und mir geschenkt. Hat er gesagt, ich kann damit spielen. Ja, ist klar. Junge, erst mal den da von deinem Kopf, der sieht scheiße aus. Deswegen, kleinen Junge möchte ich ihm den wegnehmen. Äh, ja, du greifst zu, kannst einen, der herunterhängt, den Tantakel dir schnappen und, äh, ziehen, wenn du willst. Ja, mach ich. Weg damit. Schau dich böse funkelt an. Kannst sehen, wie die Fischer eben so zu dir herüber gucken. Und dann kannst du hören, wie der Klatsch beginnt. Wie was? Wie der Klatsch beginnt. Wie sie sich unterhalten. Und, äh, das nicht ungefähr, äh, unbedingt leise, sondern, ja, normaler Lautstärke, sodass du es auch hörst, äh, wie sie dann, äh, ja, sich die Geschichte erzählen, wie du ihm den, den Tintenfisch vom Kopf gezogen hast. Ja, das haben natürlich jetzt alle gehört, aber sie erzählen es sich trotzdem. Ja, ich, äh, ich will ihm den kleinen Jungen wegreißen und den in einem hohen Bogen ins Wasser werfen. Hm. Schmeiß den Tintenfisch wieder zurück ins Wasser, äh, platsch da mal laut und, äh, du kannst hören, wie es sich wie eine Welle ausbreitet. Äh, nicht jetzt der Tintenfisch im Wasser, sondern der Klatsch. Wie er sich langsam von dir entfernt. Du siehst, oder du kannst es hören, wie die Leute aus dem Fenster herausgucken und es sich auch erzählen, über die verschiedenen Straßenseiten hierüberrufen. Junge, das ist eine Kreatur des Meeres. Und keine schöne Kreatur. Die lässt du besser in Ruhe. Das ist kein Spielzeug. So, und jetzt mach dich dünner. Die Welt ist schön, und ich bin immer noch der Herrscher der Meere. Läuft er weg. Ja. Lass uns einmal in diesen... Tempel gehen. Du hast ja ein Händchen dafür, aufmerksam auf die zu ziehen. Mein kleiner Kinderschreck. Los, dann gehen wir in den Tempel. Ja, an der Tür an und vorne lehnt. Noch bevor ihr die Tür erreicht habt, wie ihr sie vielleicht aufdrücken wollt, schwappen die Gerüchte, der Klatsch, schon wieder rüber nach Norden, in Richtung des Ruhen-Gors-Tempels. Und, ja, Brindigian und Kasim, ihr wisst beide, wer da wohl gerade am Agieren ist. Stehst du vor der Tür? Möchtest du sie aufziehen? Verdammt, Elfijin legt erstmal seine Hand gegen das Tor. Es betrübt mich, was hier geschehen ist. Nein. Nimmt er das leiser. Tempel der Zwölfe. Ein Zufluchtsort für Fischer. Sollte nie auf so eine Art entweiht werden. Oh, jetzt will ich aber sehen, wie es da hinten drin aussieht. Schauen wir noch, ob die Tür auf ist, ob die Butze aufgeht. Ja, die Tür geht auf. Ihr könnt einige Fischer sehen, die dort in dem Tempel selbst mit Fisch handeln. Schauen euch an und direkt vorbei an den Verkaufsständen könnt ihr da, wo früher mal seine Effort-Statue aufragte, jetzt sehen, wie ein riesiger Kraken dort aufgebahrt worden ist, während Nachtblau euch entgegen glitzert. Ein Opferaltar, der da fortangebracht ist. Oh, mal lieber zu einem der Fischer, der Fischer kauft. Ah, guter Mann. Was für einen Fisch kann man denn so gut hier ohne viel Zubereitung essen? Die Welt ist schön, Bruder-Schwester. Schön, dass ihr hier seid. Ja, die Welt ist schön, Bruder-Schwester. Ich habe bereits gehört, dass ich hier vor dem Tempel den Kraken weggenommen habe. Wart ihr das? Das war mein Kumpel-Kinder-Schwester vorne. Ja, sehr schön, sehr schön. Eine sehr einzigartige Idee, die ihr hattet. Ja, Fische, wir haben eine ganze Menge an Fisch. Wir ziehen so ziemlich seit einigen Jahren alles raus, was man hier aus dem Meer rausziehen kann. Die Netze sind immer voll. Ja, ist auch schön zu hören. Mit was für den Netzen angelt ihr denn? Habt ihr Reusen? Werft ihr die Netze aus? Habt ihr größere Kutter? Wie macht ihr das? Wir können auf dem offenen Meer angeln, je nachdem, welche Lizenz wir haben. Dürfen wir auf dem offenen Meer angeln oder nahe an Küstennähe. Aber das kommt darauf an. Aber wir ziehen so ziemlich mit jedem Köder trotzdem alles aus dem Wasser. Das ist aber erst seit einigen Jahren, wie gesagt. Gerade wenn du in Richtung Süden abbiegst, Bruderschwester, da findest du besonders viel Fisch. Was für Fisch findet man denn dort, den man vielleicht noch woanders findet? Habt ihr so einen Fisch? Habt ihr so einen Fisch zur Auswahl? Wir haben hier zum Beispiel den, er deutet auf einen ziemlich dünnen Fisch. Einen Blubfisch. Und naja, da muss man auch bei der Zubereitung ziemlich aufpassen. Wenn du falsch schneidest, dann kann es sein, dass er dich tötet und giftig ist. Aber wir Maraskane haben, naja, weil wir die Schönheit der Welt erkannt haben, eine Zubereitungstechnik entwickelt, mit der man richtig schneidet. Und naja, dann schmeckt er vorzüglich. Und der schwimmt dann nur im Süden? Der schwimmt nur vor den Küsten hier, ja. Gilligan, lass dich da nicht irritieren. Der Mann ist Fischer und Händler, aber ein Koch ist er nicht. Das Besondere an diesem Fisch, wenn man ihn essen möchte, ist, dass man gerade so viel Gift wegschneidet, dass man nicht stirbt. Aber dieses Gift, wenn du es auf deinen Lippen hast, zumindest habe ich mir das sagen lassen, hat einen besonders schönen Effekt. Ein Kribbeln, könnte man sagen. Okay. Und was haben wir da noch? Irgendwas aus dem Süden herkommt? Von exotischeren Fischen? Aale. Wir haben eine Menge Aale, die wir aus dem Wasser ziehen. Auch sie schmecken vorzüglich. Oder Schwesterschöße. Habt ihr die Dinger auch geäuchert? Nicht hier, aber die Kribbel ist auf dem Markt. Geräucherte Aale, vorzüglich. Wahrscheinlich im Rohr und Grottheppel. Geräucherte Aale. Aber die fängt man nicht direkt hier vor der Küste, sondern die muss man dann im Süden fangen, wo man das halt rausfährt. Genau. Etwas weiter im Süden, im Norden ist nicht so sehr viel, aber ja. Ich würde ganz gerne mit einem reden, der hier so Aale fängt. Wer kann das? Das können wir quasi alle. Naja, können. Wer das auch macht, meine ich doch. Naja, schau dich doch einfach draußen vor dem Haus um. Alle, die da irgendwie angelegt sind, können das entweder, beziehungsweise haben die eine oder die andere Lizenz. Ja. Hier, gib mir doch so ein Aale. Was wolle du dafür? Sehr gerne, sehr gerne. Nehmen wir doch einfach mal fünf Kupfer. Und dann solltet ihr am besten... Naja, sagen wir einfach, ihr spricht mit Bruder, Bruder, Schwester, Indizipa. Kupfer sind Kreuze, ne? Ja. Ja, dann nehme ich zwei Aale und danke für euch für den Tipp. Gut, kram beim Beutelchen und hole einen Heller hervor. Geht mit mir. Ne, für den Teiler werde ich nicht für einen Fisch zahlen. Dir fällt auch auf, du hast ja damals in Havena schon Aale dir mal geholt, auch Geräucherten. Aber dass es ein bisschen teurer hier ist. Ist ja nicht ganz sicher, woran das liegt. Genug Aale haben sie ja eigentlich. Naja, das liegt daran, weil ich Fremdliebchen bin. Hm, höstwahrscheinlich. Erklär mir das nochmal mit den Lizenzen. Nein. Also man redet... Lass uns jetzt einfach gehen. Geh, der Jinn dreht sich rum und geht. Mit den zwei Aalen. Naja, naja, okay. Dann danke für die Aale und Glück auf. Sobald wir dann draußen sind, vor der Tür, die Tür ist hinter uns wieder geschlossen, dass uns vielleicht gerade keiner hört. Was willst du denn da nochmal erklärt haben? Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Ja, was machst du mich jetzt an? Ja, wir heuern doch vielleicht nicht irgendwo an. Wir brauchen doch nur Selbstmord und wenn wir eine Lizenz haben, umso besser. Ich geh mal besser zum Honiger Theater. Ich komm dann später nochmal hier hin, wenn ich meine eigene Nachforschung anstrebe. Bis später, mein Freund. Er dreht sich rum und geht einfach mal die Straße entlang. Mal schauen. Er geht hier nach Norden hinweg, weil er gehört hat, dass die anderen auch nach Norden weggegangen sind. Ah, okay. Effigen geht dann zu einem der Fischer, die da vorne sind. Bzw. wie hießt ihr, der uns eben... Ah, weiß ich nicht. So, demnächst besten Fischer. Wie kann ich euch helfen, Bruder, Schwester? Ah, Bruder, Schwester, sei gegrüßt. Mich und ein paar Freunde sind neu in die Stadt gekommen und wollen... Das hört man, das hört man, Fremdigi. Ah, danke. Äh, Effigen ist mein Name. Er streckt ihm seine Flosse hin. Ein einzigartiger Name. Danke. Wie ist denn euer Name? Äh, ich bin Vakuha-Sapp. Vakuha-Sapp. Interessanter Name. Einheimisch klingt das. Äh, seid ihr einer der Besatzer? Äh, nein. Äh, ich bin... ...lade erst eingelaufen. Ähm, habe neue Waren gebracht. Ja, ähm... ...viele Schiffe laufen hier wahrlich nicht an. Äh, das ist leider etwas, was uns seit der Besatzung... ...ja, der Hafen geht kaputt. Auch wenn wir viel fangen, aber wir können es nicht tauschen, wir können es nicht handeln. Nun, äh, ich würde und meine Freunde würden gerne, ähm, etwas Fisch fangen oder hier lernen, wie man das macht. Werden da noch weitere Fischer gesucht? Ähm, naja, Fremdigi's nehmen wir normalerweise nicht an Bord an. Ich glaube nicht, dass ihr, äh, wirklich wisst, wie man angelt. Aber, äh, das ist ja auch kein Problem, ihr seid ja Fremdigi. Äh, und... Ferdauß schaut einmal, ähm, auf das... Liegt da eben kein Fischerboot oder hat er da gerade irgendwie Netze ausliegen? Ja, ja, er ist gerade dabei, äh, die Fische... ...die Fischnetze zu reparieren. ...zu flicken. Also, ich nehme an, dass, äh, mit dem Boot da hinten... ...das, äh, Ruderboot für ein bis zwei Mann... ...und seid ihr ja der Vater von dem Jungen? Naja, wenn ihr da raussegelt, werdet ihr sicher nicht weiter als, ähm... ...ich scheiß mal eine halbe Meile fahren und bei den Netzen, die ihr habt, mit der Feinmasche... ...wohl, jagt auch nichts, äh, kleineres als so ein, äh, wie heißt der, Barsch hier in der Region machen. Also, ich hab selbst schon einiges gefangen. Ich könnt mir vorstellen, wenn ihr die Netze etwas, äh, noch kleiner macht, ähm, werdet ihr noch mehr Flundern bekommen. Die verkaufen sich zwar günstiger, aber dafür kann man wesentlich mehr verkaufen. Ja, das magst du so sehen, Bruder, Schwester, aber, naja, du bist ja auch ein Fremdigi. Äh, wenn ihr nur aus Gerät hier kommt, dann habt ihr natürlich nicht diesen Blick, den wir haben. Wir fangen auch so genug, zwinkert ihr dir zu. Legt ihr die Hand beruhigend auf die Schulter, auch als ob er mit einem Kind reden würde. Na, und was ist euer Geheimnis? Äh, wir haben kein Geheimnis. Wir haben einfach nur die Schönheit der Welt erkannt. Und das ist eine Lebensphilosophie, mit der du raus aufs Meer fährst, oder wie? Äh, ja. Wir wissen natürlich, dass ihr die stärkeren Muskeln habt, aber, naja, wir benutzen unseren Kopf. Deswegen geht ihr dir wieder zu. Ich bin vielleicht noch etwas Grün hinter den Augen, aber den einen oder anderen Trick kann ich schon noch lernen. Also, wenn man mir einen Tipp gibt, also sag schon, was, wie benutzt ihr deinen Kopf? Äh, ich glaube, das versteht ihr nicht. Ihr solltet vielleicht den Kreis weitergehen und, äh, ich kann euch den einen oder anderen Tipp dann auf den Weg geben. Äh, wenn ihr wiedergeboren werdet, dann werdet ihr vielleicht als Maraskana geboren und, äh, dann seid ihr einen Schritt weiter, die 64 Fragen zu beantworten. Deswegen geht ihr dir wieder zu, dreht sich um, geht zu seinem Fischerboot. Es ist, als würde man dich zur Weißglut treiben. Mit diesen Leuten kann man aber nicht sprechen. Etwas weiter im Süden, beim Freihafen, geht gerade Jalan mit Ragnar gemeinsam durch die Straßen und kann vielleicht den einen oder anderen Plan erörtern. Ragnar hat eine, ja, listige Idee, die er dir gerade auf dem Weg, äh, erörtert, im leisen Gespräch. Ja, ja, und, äh, weite ich gerade in seine Pläne ein. Was hast du denn vor, im Freihafen? Ja, wir gehen hier so lang auf unsere, ja, unsere Schnitte, als wenn die lang genug sind, Gehstöcke benutzt. Ansonsten, ja, locker neben uns hergetragen und wir sehen uns jetzt mal um, wie es denn hier so aussieht. Ähm, die Kriegsschiffe liegen hier ja nicht vor Anker. Zumindest sehe ich keins, nehme ich an. Ähm, hier im Freihafen selber nicht. Du kannst auch sehen, dass die Seeadler von Beilung wieder abgefahren ist. Ähm, es war ja eigentlich geplant, dass man Mulvey mehrere Tage geplant, aber, äh, hier, hier bleibt aber, ja, der Kleitscher hat es dir ja auch schon verraten, dass dieses, äh, Schiff der Gerät ja schon wieder abgefahren ist. Ähm, aber hinter der großen, dicken Mauer kannst du erkennen, direkt vor dir, dass da wohl der Kriegshafen ist eingezäunt. Und da tickelt auch immer noch die, die Spinnenbeine der Boransdorn vor sich hin und her. Und du kannst nicht nur die Besatzung dort erkennen, äh, die, äh, aus allerlei geschundene Piraten besteht. Und auch dem einen oder anderen Krokodil Marus, wie sie wohl geheißen werden, was du schon gelernt hast, äh, die dort ihren Dienst versehen. Aber auch andere Kriegsschiffe, die in schwarz und rot beflaggt, äh, dort aufliegen mit der, äh, Dämonenkrone, beziehungsweise dem Zeichner von Helmar Wax. Ja, ich spaziere an, ähm, ähm, an der Hafenmauer entlang, schaue mehr, wo dann mal die Schiffe und ich halte Ausschau nach zwei Dingen. Zum einen, was es hier so für Kneipen, Tavernen gibt, vor allem welche, die aussehen, als würden sie eher für, für Reisende, für Seefahrer sein. Und zum anderen, ob hier irgendwelche Söldner, fürzugsweise Seesöldner, ähm, herumlungern. Ähm, ja, Seesöldner findest du wenige. Äh, äh, es gibt zwar ein paar Söldner, äh, die sehen aber nicht so sehr aus, äh, als ob sie zu See fahren würden, sondern eher, dass sie hier aufpassen, äh, dass die Maraskaner in Reihe und Glied bleiben. Ähm, ähm, gerade in Richtung des Tores der Kaserne, äh, kannst du auch viele Soldaten sehen. Nicht nur wirklich Söldner, sondern Soldaten. Ähm, ähm, ja, Kaschem findest du hier, auch die Murentot, an der du vorher beigelaufen bist. Äh, das gesamte Viertel ist ein bisschen heruntergekommen. Ähm, das hatte ich ja letztes Mal schon beschrieben. Und, äh, ja, hier findest du dann auch Ruhrenhäuser, wo sich dann einige andere vergnügen. Ähm, nicht so sehr Maraskaner, Einheimische, sondern eher dann auch, äh, Söldner, Fremd-DGs. Ähm, ähm, ich würde Ragnormrath fragen, aber der kann mir da gerade nicht antworten. Also gehen wir doch einfach mal in die, äh, Ersbestekaschämme hinein. Vielleicht in die Murentot, vielleicht in irgendwas weniger tödlich aussehendes. Ja, ähm, die Qualität ist sehr, sehr heruntergekommen. Du kannst es schon von außen sehen, dass es wohl, äh, zusammengezimmerte Bude ist. Äh, die wohl mehrfach schon auseinandergefallen ist. Vielleicht durch Stürme, vielleicht durch den Brand. Ähm, die dann auch mehrfach repariert worden ist. Und, äh, ja, wenn du reingehst, es stinkt widerlich nach, äh, abgestandenem Bier und Pisse. Einige Leute, die hier herumsitzen, ähm, angetrunken sind sie nicht. Aber das ist dir bei dem Bier, was es hier gibt, auch klar. Ja, da rümpft einmal die Nase, tritt dann aber trotzdem ein, schaut sich mal um, wer hier so rumsitzt und wo es einen freien Tisch gibt. Und lässt dich dann erst einmal an einem solchen nieder. Hm, äh, es knatscht unter dir, als er dich hinsetzt. Und, äh, du hast kurz die Befürchtung, dass die Bank unter dir einbricht. Aber, äh, ja, dann bleibst du sitzen, äh, ziehst kurz die Luft ein. Dann fängst du wieder an zu atmen und, äh, ja, versuchst dich ein bisschen zu entspannen. Äh, die Söldner sind alle so, ja, vernarbt. Und Veteranen, wie, wie du, du kannst auch sehr viele Schnittverletzungen erkennen. Äh, denen fehlen wohl einige Finger mal, vielleicht durch eine sehr, sehr scharfe Klinge abgeschnitten. Ähm, legt man dir einfach nur wortlos zu, man hält dich wohl, äh, ja, auch schlecht verkleidet für einen, ja, für einen der Besitzer. Dadurch, dass dir ein Auge fehlt, dadurch, dass du ziemlich, äh, harte Kriegerzüge hast. Ragnar kann man nicht genau einschätzen, aber du wirst hier wohl als Fremdigi akzeptiert. Einer von vielen. Hm, deine Götter zum Gruß, kommt einer, äh, der Söldner auf dich zu. Hm, deine auch. Aber, setz dich doch. Danke, was verschlägt dich nach Bora? Hm, ich suche auch bereits. Ich mein, man sieht wie ein Söldner ausrichtig. Hi, bin Söldner. Ja, ich und mein Kamerad hier in unserem Festland gekommen. Und, äh, haben es gesagt, dass ich hier ein bisschen Gold verdienen lässt. Hm. Ja, aber, das Gold kann man sich auch anders verdienen. Keine Ahnung, was es auf dem Festland für Gerüchte gibt, aber da bist du ganz schön auf dem Leim gegangen. Hm. Hättest mal in Mendena bleiben müssen, oder wo auch immer du herkommst. Hm, da ist auch Essig. Ich komme übrigens aus Torbriant. Schön, ich kenn's, er gibt dir die Hand. Torbriant, ein Lanzmann. Woher denn? Ähm, ja, ähm, aus der Nähe von Mendena. Ein bisschen weiter im, äh, Süd-Süd-Osten. Aber, da ist so eine kleine Lanzzone. Hm, Mendena. Ist in der Nähe von Rulat. Ja, natürlich. Hm. Da ist ja auch nicht mehr so viel Seeverkehr in dieser Tage. Was? Da willmets doch von Piraten. Ja, von Piraten. Aber von niemandem, der Seesüldner anheuern will. Naja, Seesüldner, da kriegst du festes Gehalt. Nene, das wohl nicht, aber, naja, die Piraten musst du halt einen großen Teil abdrücken von, äh, von dem, was du erbeutest, aber... Kann man schon von Leib? Ah, aber jetzt wo die, wo die ganzen Pfeffersäcke nicht mehr so fahren, musst du ja schon weit aufs Meer rausfahren, hab ich gehört. Ich war kurze Zeit in Saadosk stationiert und, äh, dann auch kurz auf Rulat, aber, ja, wenn du dann die Gerüchte hörst, dass, äh, Abwachs wieder Verstärkung braucht, und, ja, dass es in Boran wohl gutes Geld zu verdienen gibt, aber hast du was? Ich hab mich richtig verarscht, dich jetzt wohl auch. Ja, scheinbar. Ah, weißt du, wen man vielleicht im Kriegshafen unten fragen kann, wer Seesüldner anheuert? Kriegshafen? Ah, ah. Das sind wohl alles sehr eingeschworene Leute, die dann auf Havwachs da, äh, regieren, oder, brauchst du ein Schreiben von Nidimajida, dass du vertrauenswürdig bist, oder so, keine Ahnung. Äh, musst du mal zum, äh, zu den, äh, sollten in der roten Hand gehen, oder so. Berji. Oh, roten Hand, wo sitzen die denn? Äh, im Norden von hier, auf der anderen Seite, äh, aber Paderklaue, der rastet auch ab und zu mal aus, mit dem würde ich nicht sprechen. Äh, reden wir eher mit einem von seinen Adjutanten, aber wenn der dir die Kehle rausreißt, oder, äh, er schlägt auch seine eigenen Leute. Du, mit, äh, mit den Belhalapaktirern ist hier nicht zu Spaß, musst du aufpassen. Oh, ich hasse es hier, entweder die reißen die Malaskana hier die Finger ab, er hebt mal seine stumpfige Hand nach oben, die, die, äh, noch geblieben ist. Äh, kannst sehen, dass ihm da auch zwei Finger fehlen, die ihm wohl abgetrennt worden sind. Entweder schneiden sie dir die Finger ab, oder, naja, die, die Söldner, die in den Straßen herumlaufen, wenn sie dann in den Blutrausch verfallen, schlagen sie halt nicht nur malaskana, sondern auch uns. Wie gesagt, scheiße hier. Ich glaube, ich habe gestern schon einen gesehen. Ziemlich üble Gestalt. Ja, äh, die laufen ab und zu hier mal rum. Meistens in Begleitung von irgendwelchen Söldnern oder so. Aber man weiß nie genau, wer auf wen aufpasst. Aber wenn, kann man die ja eh nie. Sind aber nicht alle so schlimm. Hm, naja gut. Wenn es hier keine anständige Arbeit gibt, werde ich mich wohl mal woanders umsehen müssen. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ne, ich glaube nicht. Ja, Land guckt auch ein wenig. Betrübt. Ich werde einfach mal nach Norden marschieren und schauen, ob sich da was aufträgt. Aber kannst dir, zieht dann ein paar Kupfermünzen aus der Tasche. Kannst du ein Bier auf mich trinken. Hm, danke. Legt er dir zu, hebt nochmal seine Hand zum Gruß. Ja, komm Himon-Jean. Wir schauen uns woanders um. Und während du deinen Weg in Richtung Norden antrittst, springen wir wieder zurück. Der Kampf Bär gegen Hund ist vorbei. Zwei der Hunde haben sich in der Kette des Bären verbissen. Die anderen liegen bereits zerteilt mit den riesigen Prankklauen. Irgendwo in der Ecke wurden weggeschleudert und Blut tropft und trieft überall auf diesem Platz. Einige der Karmot-Gardisten gehen dann umher, versuchen den Bär dann wieder wegzuschleifen, die beiden Hunde da anzuketten. Was wohl da auch nicht gelingt, weil die haben sich ebenso in einen Blutrausch getrieben und fallen in einen der Karmot-Gardisten an, der eigentlich ja als Tierwärter oder sowas zuständig ist, woraufhin auch einer der übrig gebliebenen Hunde dann glauben muss. Einfach erschlagen wird. Der andere allerdings wird ja gesperrt, sodass auch dieses Spektakel zu Ende ist. Und während ihr euch mit einem Gruseln auf dem, ja vielleicht mit einer Gänsehaut auf dem Rücken das Ganze anseht, könnt ihr, Rendigian und Kasim gerade erkennen, wie, ja, Rodrigo auf euch zugeht, euch wohl entdeckt hat. Und dann kann ich mich über die Gänsehaut auf dem, ja, glaube ich. Und dann können wir uns mal wieder auf die Gänsehaut auf dem, ja, wenn ihr euch könnt. Untertitelung des ZDF, 2020